Maskierte Soldaten auf dem ukrainischen Stützpunkt von Perevalneu. Die Basis ist nicht weit entfernt von der Regionalhauptstadt Simferopol. Hier weht die russische Fahne. Russland hat längst Tatsachen geschaffen. Und auch das Regionalparlament der Krim erhöht den Druck. Es hat sich dafür ausgesprochen, dass die Halbinsel der russischen Föderation beitritt. Darüber sollen die Bewohner schon bald abstimmen. Wir haben entschieden, am 16. März ein Referendum abzuhalten. Für die ganze Krim, einschließlich Sebastopol. Referendum, Referendum skandieren Demonstranten vor dem Parlament. Sie sind russischstämmig wie 60% aller Krim-Bewohner. Viele wünschen sich schon lange eine Anbindung an Moskau. Der Rest der Bevölkerung hat Angst, überstimmt zu werden. So wie schon jetzt hier auf der Straße. Russland, Russland, ruft diese Frau. Wer sich offen zu Kiew bekennt, hat es schwer. Ich möchte, dass die Krim bei der Ukraine bleibt. Ich will nicht zu diesem kriminellen Russland gehören. Leute, guckt Fernsehen, erzählt, was hier wirklich passiert. Für die Übergangsregierung in Kiew ist das geplante Referendum auf der Krim illegal. Sie will Aksyanov, den neuen muskertreuen Regierungschef der Krim, verhaften lassen. Ihm werden Bestrebungen zur Abspaltung vorgeworfen. Dass es zu einer Festnahme kommt, scheint derzeit allerdings wenig wahrscheinlich.